Die Riesen setzen sich für Inklusion ein, denn jeder Mensch ist riesig, egal welches Aussehen, welcher soziale Hintergrund, welche sexuelle Orientierung, Sprache oder Behinderung. Das bedeutet für uns ungehindert riesig. Die Barrieren müssen weg in den Herzen, die Barrieren müssen weg in den Köpfen und sie müssen auch weg in den Gebäuden. 980.000 Menschen mit Schwerbehinderung leben in Baden-Württemberg und Sport und Veranstaltungen sind wichtige Schlüssel für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen. Respekt, Toleranz und Fairness, dafür steht der Basketball und dafür stehen auch die Fans hier alle in der Halle. Die Barrieren müssen weg in der Halle. 1060.000 Menschen mit Schwerbehinderung leben in Baden-Württemberg und Schwerbehinderung leben in Baden-Württemberg und Stuttgart.